Und da sind wir wieder bei Let's Play Alex und wollen an dieser Stelle mal wieder zurück in die Stadt laufen, weil wir hier unten in der Stadt in der Wildnis volles Fund aus dem Maul bekommen haben. Und zwar so doll, dass es nicht mehr erträglich ist, sag ich mal. Aber wir hatten vorhin hier diesen Typen getroffen und der wäre sehr hilfsbereit, sag ich mal. Also wird er wahrscheinlich nicht unangenehm böse oder irgendwas in der Richtung sein. Big B, erzähl doch mal. Scheiße. Nein. Habt ihr Penner mich also endlich gefunden, ne? Sieht so aus. Steckt dir dein Sieb so aus sonst wohin? Ich kann dich hier nicht gebrauchen. Hau ab. Ach, danke. Hm. Ich will keinen Ärger. Ah, das will ich dir auch geraten haben. Also gut, was willst du? Keinen Ärger, hab ich doch gesagt. Was machst du hier? Ich warte auf deine Mama. Was denkst du wohl? Ich warte hier auf meinen Handelspartner. Warte hier auf deine Mama. In die Stadt lassen sie mich nicht mehr. Hm, in die Stadt. Sie lassen dich nicht mehr in die Stadt? Ja, verdammt. Hab versucht, etwas von ihrem ach so wertvollen Schrott mitgehen zu lassen. Die haben sich halb eingenässt. Wollten mich verbannen. Hahaha. Verbannen? Für wen halten die sich? Ich gehöre nicht mal zu denen. Bin einfach hier raus abgehauen. Die können mich mal. Hm. Ja. Ich... Äh... Muss auch sagen... Die... Die Leute aus einem anderen Clan zu verbannen, ist schon... Ein interessanter Versuch. Also, aus der Stadt rausschmeißen, klar, kein Thema, aber... Hm. Wartest du auf Ornir? Ja. Woher weißt du das? Er schickt mich. Na toll. Jetzt kommt er nicht mal mehr selber, oder was? Ich soll dich töten. Was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Dieser kleine Pisser. Hör zu. Ich will, dass du zu Ornir gehst und ihn dazu bringst, wieder mit mir zu handeln. Wie du das anstellst, ist mir egal. Womit handelt ihr? Für gewöhnlich kam Ornir hier raus und brachte mir ein paar Gerätschaften mit, die er beim Schlund klauen konnte. Ich gab ihm dafür einen Beutel Splitter und alle waren glücklich. Macht Sinn. Macht Sinn. Wie ist das Leben als Outlaw? Wir genießen die Freiheit. Mehr brauchen wir nicht zum Leben. Niemand ist frei. Doch. Ich nehme mir zum Beispiel die Freiheit, dir zu sagen, wie dumm deine Frage ist. Wir scheißen auf alle Regeln und Typen, die uns dumm kommen. Und wir geben einen Dreck auf das, was andere über uns denken. Wenn du also guten Stoff haben willst und dir den Stock aus dem Arsch ziehst, könntest du es bei uns zu etwas bringen. Aber dann musst du durch die Wüste. Und ob du das Zeug dazu hast... Aha, 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 was soll das denn heißen? Puh! Blödsack. Ich lünder dir deine Hütte. Ich lünder dir deine Hütte. In die man nicht rein kann. Ich klau dir die Mana-Pflanze hinterm Haus weg. Ich guck das auf deinem... Ich klau dir den Metallschrott vom Dach. So ist es nämlich. Ha! Hast du jetzt davon. Und da ist auch noch eine Mana-Pflanze. Eine mächtige Mana-Pflanze. War ja nicht so... Wahnsinnig erfolgreich, dieses Gespräch. Aber immerhin hat es uns bei irgendeinem Quest weitergebracht. Und ich möchte ihm nicht kaputt hauen. Outlaws kenne ich noch nicht. Die will ich kennenlernen. Und da ist es von Vorteil, wenn man nicht einen von denen umgebracht hat. Glaube ich. Ich weiß ja nicht, wie die Outlaws so drauf sind. Da hat er mich erwischt. Ich wollte ihm ausweichen. Spezialschlag, dachte ich. Okay. Waffe wegstecken. Items einsammeln. Hatte der ein Feuer? Hatte der ein Feuer? Ich hab ganz viel rohes Fleisch ja jetzt mittlerweile. Kann man da dran was braten? Ne, ne? Ne. Hm. So. Glaube ich, hier lang geht's. Ich könnte natürlich auch einfach hier hochklettern. Was ist das da? Ein Wildschwein? Ah. Alter, was ist das denn für ein Viech? Alter. Miese, süße. Wer soll denn damit rechnen? Ich muss echt öfter zu Autos speichern. Die drei Minuten... Äh, quicksafen. Die drei Minuten Autos speichern ist zu weit auseinander. Für meine Lebensrate hier draußen. Die drei Minuten Autos speichern ist zu weit auseinander. So. Sollen wir dem da nochmal volles Fund aus malen? Komm mal hier. Bam. So läuft nämlich ein Kampf. Leg dich nicht mit mir an, Alter. Wenn ich mir angucke, dass die fünf Erfahrungen bringen... Hätte ich vielleicht die ganzen Ratten unterwegs doch nochmal töten sollen. Die bringen zwei Erfahrungen. Aber jetzt werden alle... Mini-Viecher auch getötet. Ah, hier sind wir wieder. Ich glaube, ich gehe da gleich nochmal hin und hole mir die ganzen zwei Erfahrungen... Äh... Belog ich, ne? Halt, wenn ihr mich jetzt... Speichern. Und wir gucken mal, ob ich auf die Distanz mehr Chance hab. Äh... Ah, der ging daneben. Ah, 30, 30 Erfahrungen mit dafür gekriegt. Tja, der wäre wohl unter normalen Umständen ein schwerer Gegner gewesen. Ein schwerfälliger allerdings auch. Klettern war das, ne? Ja, nice. Das war doch, äh... Gut, dass ich das auch nochmal probiert hab. Ich hab das, das见, was du hin... Ich hab es Ich hab das Diriga Itex noch nicht. Ich hab andere Fähne, bis! Was ist das da unten? Ich guck mal lieber auf die Map, wo ich mittlerweile bin. Aha. Hier hoch. Dann bin ich in der Stadt wieder. Och komm. Weil wir es können, gehen wir jetzt aber den ganzen Weg nochmal wieder zurück zur Basisstation. Dafür setze ich kurz mal einen Wegpunkt. Basisstation sag ich schon. Hier. Huch. Wie geht denn das? Da sind wir glaube ich gespawnt. Gestartet in dieses Spiel. Da muss ich mit X einen Marker setzen. Hm. Ich kann nämlich auch zu den Ruinen teleportieren und von da aus laufen. Das machen wir, denn den Weg kennen wir sowieso schon. Und... Dann müssen wir in die Richtung. Die Richtung muss ich... Irgendwie... Begrob. Das war also der Spezialschlag. Wahnsinn. Den hatte ich schon gelootet. Das war ja das Geschenk... Geschenklaster. Das ist glaube ich nicht der Weg, den wir hergekommen sind. Gehe hier trotzdem mal weiter. BAM! Kannst du mich mal... Speichern... Und wir versuchen uns jetzt mal im Nahkampf mit dem. Ich glaube das wird voll in die Hose gehen. Dann lass mich doch frieren, du blöder... 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 Jünger... Komm schon! Spezialattacke... Tja! Tja! Ja... Und Waffe wieder weg... Und Hornwolf luken... Zähne... Können wir überhaupt Tiere... Also ich glaube Fell abziehen oder sowas... Kann man auch noch... Sollten wir mal lernen... Und hier draußen in der Gegend unterwegs ist... Ach ja, da hatte ich vorhin... Gestern irgendwann schon mal geguckt... Da ist noch was rotes... Heiltrank... Oh, es wird dunkel, ne? Na gut, da drin ist es sowieso... Ekelektrisch beleuchtet... Und wir gehen jetzt auf... Hardcore-Rattenjagd... Spindleer... Das hätte ich auch vorher schon wissen können... Hallo? Ist hier irgendwo eine Ratte? Okay, das war's... Piste? Kann ich die aufmachen? Leer... Hab ich schon geöffnet... Okay... Was? 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 Cool, man kann tatsächlich wieder hochfahren... Oh, ich kann geräuschlos hüpfen... Oh, ich kann geräuschlos hüpfen... Warum sind hier so viele Raben... Ist hier irgendwie... Ist das zu fallen? Oh, ich hab die unten gar nicht gelootet... Ich weiß nicht, ob die noch was wert sind, aber... Wenn's da für ein Elexit gibt, dann ist das schon ausreichend... Ist das da irgendwas? Nein... Was war das? Hier? Ist ja einfach eiskalt über die Schubladen... Über die Schubladen... Das Ding da hochgerannt... Hä, gefühlt war das doch hier alles voller Ratten... Habe ich nur 3 am Leben gelassen, oder was? Hm... Oder 2... Ich weiß doch jetzt grad schon wieder nicht mehr wie viel ich jetzt hier gerade getötet hab... Schlafsack wäre jetzt natürlich nochmal toll... Aber ich glaub, da hatten wir hier noch irgendwo einen gesehen... Tut mir leid, ich sehe auch ebenfalls fast nichts... Genauso wie hier... Vermutlich... Hallo? Da oben ist Licht... Man kann irgendwie irgendwo oben drauf... Probier das mal hier... Jawollo! Joja! Cool... Direkt ein bisschen Elektroschrott gefunden... Und ein Warnertrank... Noch mehr Elektroschrott... Noch mehr Elektroschrott... Und Bürostuhl... Noch Bürostuhl... Geil! Noch Elektroschrott... Und noch Elektroschrott... Und... Schlafsack wäre mir jetzt echt lieb... Eine Sprenggranate... Aha! Klar! Hm... Dieses... Flimmerige Licht... Das ist auch echt unangenehm... Und noch ein Elektroschrott... Da war... Ein Metallschrott... Zur Abwechslung... So... So viel Klebeband... Wahnsinn! Muss... Klebeband... Haben... Klebeband... Krug... Klebeband... Klebeband... Okay... Dann habe ich hier noch eine Kiste... Nö... Keine Kiste... Aber eine Ratte haben wir hier... Äh... Äh... Tja... Hat dir das hier nicht so gefallen, oder? Ich brauche das ja nicht mehr... Dann gucke ich mal, wie man Ringe trägt... An der Hand... Ja, macht Sinn... Plus 10 maximale Gesundheit... Sehr cool... Schwefelbrocken... Klopapier... Ein Schlafsack... Das ist auf jeden Fall das Erste, was ich jetzt mache... Damit man endlich wieder was sieht... So... Ja... Schick hast du's hier... Da gehe ich auch gleich noch hoch... Auf jeden Fall... Äh... Ansonst... Spielzeug Dino... Auch gut... Watte tot... Kein Besteck, das man nehmen kann... Kein Trank oder sowas... Spielzeug Auto... Ist da irgendwas noch... Ja... Ein Heiltrank... Boah... Ist ja ein Paradies hier... Für so'n... Looter King wie mich... Alles mitnehmen... Wenn ich nur noch ein bisschen Erfahrung kriegen würde... Wäre das natürlich noch schöner... Aber... Man kann ja nicht... Leider nicht immer alles haben... Nein... Ich glaube da hat sich gerade eine neue Etage aufgetan für mich... Oh... Ja gut... So viel weiter weg ist sie jetzt auch nicht... Und hier ist einfach auch nichts... Das ist ja auch toll... Hallo... Okay... Dann gehen wir jetzt noch eine Etage weiter hoch... Gucken wir mal was hier so ist... Hm... Teiltrank... Werkzeugkoffer ohne Inhalt... Also ohne... Benutzbaren Inhalt... Boah... Ich weiß noch nicht warum... Aber ich bin jetzt hier oben... Hm... Das war ja richtig erfolgreich... Das war ja richtig erfolgreich... Hm... 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 Oh... 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 Hm. Ha! Plasma-Raketen! What the fuck? W-wann, wie soll ich die denn jemals verwenden? Plasma-Raketen. Ich muss mal ganz kurz nach der Zeit gucken. Aha, so. Toll. Okay, ja. Wir sind dann am folgenden Ende angekommen. Und ich gönne euch natürlich zum Abschluss quasi einen richtig tollen Ausblick, wollte ich sagen. Stattdessen bin ich hier runter. Mann, ich muss nicht... Oh, ho, ho. Weil ich ja so ein toller Jetpack-Pilot bin, zeige ich euch zum Abschied nochmal wie ich wieder runterfalle. Hä? Oh, ja, mein Jetpack ist leer. Das ist ja auch... Hm. Ja, dieser tolle Ausblick hier übrigens zum Folgenende. Da darf man aber auch echt keine Höhenangst haben, wenn man hier so rumjettet. Zeige ich euch zum folgenden Abschluss diesen tollen Ausblick. Ach, da drüben, guck mal, da kann man die Stadt der Berserker sehen. Und diese komischen Vögel, die mitten im Salto einfach den Bauch nach oben drehen und... Naja. Okay. Äh, Folgenende. Bis zur nächsten Folge. Okay. Okay.